Es gibt eine Welt Ja, er sitzt mir gegenüber. Ganz nett. Ein bisschen zu dick. In der jeder die Wahrheit sagt. Nein, ich werde heute nicht mit ihm schlafen. Und niemand lügt. Manchmal feine ich im Schlaf und dann wache ich in einer Urinfütze auf. Ich habe es fast jede Sekunde verabscheut, für Sie zu arbeiten. Keine großen Lügen. Ich habe Sie immer gehasst. Sie haben mich immer gehasst. Das wusste ich nicht. Dafür aber viele andere. Keine kleinen Lügen. Ich habe kurz dran genippt. Okay. Nicht mal Notlügen. Ich hatte noch nie viel Geld. Darauf kommt es nicht an. Das Aussehen, oder? Ja. Bis ein Mann. Wie viel möchten Sie denn heute abheben? Ich hätte gern 800 Dollar. Herausfindet, wie es geht. Hier steht, Sie haben nur 300 Dollar. Ich habe 800 Dollar auf meinem Konto. Und wollen Sie kleine oder große Scheine? Scheine? Große. Ich bin heute über etwas gestolpert, worüber noch kein Mensch hier nachgedacht hat. Ich habe etwas gesagt, das nicht so war. Sie können da nicht rein. Ich habe aber einen Termin. Oh, dann gehen Sie rein. Wie nennt man das? Es gibt kein Wort dafür. Natürlich nicht, weil ich es erfunden habe. Vom ausgezeichneten Lügner Ricky Gervais. Wenn wir nicht sofort Sex haben, geht die Welt unter. Haben wir noch Zeit, uns ein Zimmer zu nehmen? Ich hatte auf 35 Schwarz gesetzt. Ich glaube, ich spiele in deiner Liga. Siehst du besser aus? Nein. Hast du ein Fitnessstudio? Nein. Ich kann aus meinem Leben machen, was ich will. Aber du bist ein total unbedeutender Versager. Gut, das wäre also geklärt. Da ist er! Wenn Sie etwas wissen, das so wichtig ist, sagen Sie es uns allen. Wenn du die Welt nach deinen Wünschen gestalten könntest. Wenn du alles tun könntest. Was würdest du tun? Wenn ich alles tun könnte? Alles, was du willst. Ich würde den Frauen an die Möpse grapfen. Lügen macht erfinderisch. Das ist der beste Film, der je gedreht wurde.